Ich habe gar nicht hier reingeschaut, das letzte Mal. Hallo da draußen. Wir schauen nochmal in die Woche 153. Hat sich da irgendwas hier an der Krankheit? Entferntetick, entferntetick, entferntetick. Okay, ne. Alles in Ordnung. So, schade ist natürlich und überhaupt, dass die zwei hier sich angesteckt haben. Schnellt mich nicht fest. Ich erschaffe es nicht. Ich will nicht festgeschnallt werden. Nein! Auflösung. Hat religiöse Wahnverstellungen. Muss alles weg. So, Randariel. Hm. Ne. Dann, liebe Michaela. Das können wir aber lassen. Okay. So, dann wäre das das. Haben wir eigentlich noch irgendjemanden, der... Hier, Godric. Godric, kommst du im 1800. Oder willst du lieber was trinken? Dann trink was. Also, ich habe nichts dagegen. So, wir brechen auf. Und diesmal tatsächlich und überhaupt mit denen, wo ich das letzte Mal aufbrechen wollte. Nämlich mit Maya. Guck. Ich werde aber trotzdem mein Heiler mitnehmen, denke ich mir. Und zwar Falk hier. Und dann haben wir gesagt, Schildmite... Oh, wo ist er? Da. Hier wollen wir noch eins aufwerten. Und Helmbad, wollen wir eins aufwerten. Ist keine optimale Gruppe. Zack, sag's gleich. Oh, was ist denn das? Ja. Ja, das ist eigentlich schön, aber... Am Ende... Am Ende... Getreide ist ja... Grabräuber. Plus in... Was? Plus 100% verbrauchte Nahrung. Da denken wir schon, das ist was Schönes, ne? Und dann? 100% Oder sammeln wir lieber dreimal den Getreide-Sack ein. Oder schließen wir 100% der Raumkämpfe ab. Oder wir erforschen einfach nur mal... Ah, lang. Wieder lang. Das ist aber ein Ahnenschatz. Aber es ist lang. Mit der Trostentruppe da lang in den Ruinen rum zu geistern. Na gut, wenn wir der hier noch was geben würden... Ach, erhaltene Heilung. Dann müssten wir von der anderen die gegebene Heilung... Na... Die zu... Macht die überhaupt gebende Heilung? Ja, macht sie. Macht sie. Oder wir holen uns wirklich noch so eine gegebene Heilung. Irgendwo war doch das. Hier. Jo. Das ist der Plan jetzt. Was? Leere ist die einzige Verteidigung? Echt? Bist du sicher? So, wir schauen mal. Wir haben die ja nun schon angeschaut. Jetzt schauen wir trotzdem noch mal rein. Was ist denn da? Das ist nicht schlecht. Davon abgesehen. Fernkampf brauchen wir bei dir nicht. Blut und Krankheit... Nö. Halt. Plus... Plus... Minus... Minus... Ja. Aber Licht unter 25. Wann habe ich denn das mal? Um ehrlich zu sein. Wenn ich es recht bedenke. Ja, ich weiß. So. Das könnten wir machen. Aber ich will den Stress schaden nicht. Das ist eigentlich schön, aber... Im Endeffekt... Ja, ich... Achso, das hast du schon. Betäubende. Nee, du musst schon irgendwas haben, was schaden macht. Ja, gegen Unheiligem. Das wird... Achso, Minus. Na wohl. Achso, du bekommst da Plus und Plus und Plus und Plus. Nee, dann will ich... Nee, dann... Dann gefällt mir das eigentlich, um ehrlich zu sein. Nee, mir gefällt es wirklich. Aber das hier gefällt mir nicht. Was ist das? Minus 1. Nee. Ah, jetzt fange ich wieder von vorne an. Plus Chance, nee. Ja, ginge. Gifttauch ist Quatsch. Gegen Krankheiten. Aber dafür hast du gegen Bluten, ne? Eventuell... Überlege ich mir. Hm. Überlege ich mir. Ja, ja, schon. Eigentlich schon. Das ist auch nicht schlecht. Nee, ich nehme mal das Ding da hier. So. Achso. So rum. Du plus, auf alle Fälle... Plus Chance der Blutenfähigkeit. Ja, auf alle Fälle... Aber war da nicht noch irgendwie, dass ich Plus Chance der Blutenfähigkeit irgendwo hatte? Nee, ne? Hier. Nee, hier. Hier. Wie viel? Plus 20. Minus ausweichen. Ja. Okay. Ist jetzt nicht schön, aber wir nehmen's mal so. So, erhalten Heilung, ja. Auf Entschärfen und Verlöntchen. Ja. Ja, eigentlich nicht, aber okay. Aber okay. Aber, okay. Aber, okay. Betäubst, du machst gar nix, ne? Du machst Gift. Und ansonsten... Erzwungener Schutz und Selbststärken. Dir... Dir hab ich echt nicht unbedingt die besten Dinge gegeben. Hm. Ja gut, nee, dann... Gut. Dann nützt dir's gar nix. Wenn ich so richtig bedenke. Ja, die Tugend, die könnte aber... Da gefällt mir, um ehrlich zu sein. Da gefällt mir das hier besser. So, gut. So. Wiederschön... Ja, 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 schon. Plus Heilfähigkeit auf alle Fälle. Fernkommenfähigkeit könnten wir. Ähm... Tugend, ja. Nee. Gift auch nee. Betäubend, ja. Oder vielleicht... Hm. Das könnte eins auf alle Fälle mal weg... Nein, nicht immer. Habe ich jetzt irgendwas auf immer gedrückt? Oh Gott. Hm. Gift auch nee. Unheilig. Gegen Gift auch. Ja. Du schoan... 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 Yes. Betäuben. Ja, betäuben eigentlich schon, aber ich möchte denen sein Ausweichen nicht. Also bleibt's, wie sie's. Also bleibt's, wie sie's. Gut. Sei's drum. Wir gehen. So. Im Wald. Im Wald ist gut munkeln. Gift, Bandagen, wahrscheinlicherweise, ne? Ja, da brauchen wir jetzt nicht... Bandagen werden wir auf alle Fälle nicht geizig sein. Das könnte auch eventuell... Auf alle Fälle werde ich bei denen hier nicht geizig sein. Und hier werde ich auch nicht so geizig sein, weil wir ja nur einen so einen idiotischen Heiler haben. Da vielleicht zwei... Oder drei? Weiß es nicht. So, dann noch vier Schlüssel. Obwohl eigentlich drei reichen, wenn ich's echt bedenke. Wenn ich's so richtig bedenkein eigentlich. War hier überhaupt so viel Gift? Nee, eigentlich doch eher im Labyrinth, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, wir brechen auf. Korruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Tja, die Frage ist... Wir gehen erst mal hier rüber, da haben wir schon mal einen Raumkampf. Ne? So, wer ist denn bei euch? 70 ist eigentlich gar nicht so schlecht. 80? Mach mal du. Du warst schon das letzte Mal, ne? Okay. Ähm, hier, da kann ich mich dran entzinnen. Ja, das kommt eh alles wieder weg. Äh, weiter. Weiter, weiter. Weiter. Ja, in der strahlenden Helligkeit. Ja, die bluten uns zu Tode. Die bluten uns zu Tode. Warum sind die eigentlich gleich dran? Und warum machen die da gleich kritische und so ein Zeug? Das versteh ich nicht. Ist mir zu hoch. Oh, und gleich Tode. Man hat keine Chance hier, ne? Das muss man echt mal... Das muss man echt mal sagen. Man hat keine Chance. Ehrlich zu sagen, nicht die geringste Chance. Oh. Jetzt aber. Jetzt wird es aber wissen, ne? Du kannst die Blutung nicht stoppen, ne? Aber du musst erstes Mal hier einen niederringen. So. Und da ist der auch noch... Ne? Widersetzt sich? Nett. Wie lange es sein überhaupt? Drei Runden? Mit drei Runden kann ich umgehen. Obwohl, ne. Mach mal anders. Ja. Und wieder ein Kreditschein. Und wieder Tollwut. Traumhaft, oder? Ich find's... mehr oder weniger. Und ausgewichen. Das sind die schönsten Dinge. Jetzt endlich mal wieder, ne? Der letzte Run war einfach zu. Ja, gibt's uns. Gibt's uns. Gibt's uns. Gibt's uns. Ja. Wieso kommst du eigentlich nicht dran? Mist. So. Blutung. Wartet mal, das geht gar nicht. Ach, wartet mal. Kannst du nicht... Blut... Ne. Hier kann keiner bluten. Ich glaub, die muss langsam... Na, muss hier was passieren. Hier müssen wir trotzdem mal... Hier müssen wir trotzdem mal... was machen. Oh, wieso sind denn die schon wieder dran? Wieso sind denn... Och, Mann. So. So. Wieso ist die gesichert? Wieso? Wieso? Drei. Drei. Okay. Ähm. Ja. Das war schon mal nix, ne? Aha. Ja, denn... Gehen wir erst mal hier rin, da. Ähm. Eine bindende Leiche... Ist, glaub ich, eine bindende Leiche. Äh, eine gebundene Leiche. Ja, 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 nee, 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 nee. Wartet. Wir können... Nicht so. So, du, ne? Nett. So, da ist schon mal nix. So, und dann gehen wir zum nächsten... Zum nächsten Kampf. Aha. Nett. Das ist in Ordnung. So, jetzt kommt's drauf an. Äh, ist auch nicht ohne. Besonders die Schlitzer. Obwohl, der kann da hinten auch einen zur Weißglut bringen, ne? Der kann einen zur Weißglut. Oh, man. Du Idiot. Du bist so ein Idiot, Bluten. Ah. Seht ihr? Und das ist das, was mich einfach nur... Unnerved. Sehr schön. Ah, ist klar. Oh. Wow. 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 Tja, ich geb die jetzt. Ach so. Mist. Ah. Mist. Ah, Mist. Das ärgert mich jetzt. Da hab ich nicht aufge... Da hab ich echt nicht aufge... Ja, das hätten wir vermeiden können. Das hätten wir echt... Hör halt. Das hätten wir echt vermeiden können. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich dem den Gift haben sollen. Das hätten wir echt vermeiden können. Wieso sind die immer zu und immer zu und immer zu und immer zu und immer zu dran? Great ist die Weapon, die auf sich selbst kürzt. Wieso? Frag ich euch. So oft kann man gar nicht dran sein, wenn die dran sind. Wisst ihr, wenn das ganz voll ist, dann machen die eine Heilung von 58. Wenn er aber kurz vorm Sterben ist, dann... Das sieht ja übel aus. Da, zwei. Ja. Juhu. Ich will ja nicht sagen, dass das frustriert, na. Aber ich sag euch, es frustriert. Es... Es... Es frustriert. Jämmerlich. Es frustriert wirklich. Ich glaub's nicht. Wie das frustriert. Und... Ja... 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 Es ist traurig. Wartet halt, der kann... Ganz so. Hat denn keine hier irgendwie... Betolgen... Doch... Aber... Wie viel? Nee. hättest du schon die ganze zeit machen können wahrscheinlich wie gut ist er denn in das nervt das nervt der maus ich kann ich mag ich mag ich mag einfach nicht mehr ich habe keine lust mehr es ist doch böse ich sehe sie eine so ein spiel soll ja auch ein bisschen spaß machen es ist doch traurig so was haben wir denn für helden eingepackt aha ok größer preparation blutung wird entfernt ok 50 oh widerstand gegen bluten ja hast du nicht irgendwas bluten wird entfernt und ja wie haben wir denn noch acht acht die hat auch noch bluten gott so nur selbst plus critical acht prozent seine gewalt noch mal drei stress wird gelindert und was haben wir hier plus das ist auch gut eigentlich präzision das ist eigentlich auch gut was wird da noch was schönes ach hier ein gefährdestress ne alle gefährden Stress wird erhöht jetzt mal wird hier nur Stress erhöht oder ja super na das klappt hier hervorragend wer auch immer die ganze nahrung eingepackt hat oder ich könnte ihn umarmen Zeit zu schlafen müssen ausgeruht sein ja das ist schon klar apropos Nahrung was Moment na wartet mal dann 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 so na na ja dann sind wir ja gut gerüstet und in in gute Verfassung ja darauf brauchen wir eigentlich nicht aber wir nehmen noch das hier mit danke ja noch mehr Stress gemacht dann können wir hier vor ne wir haben ja auch nicht mehr viel ne doch wir haben noch so viel oh oh god ja wir haben genug wir haben genug wir haben genug davon ah Moment Moment das könnte ja 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 warte 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 okay und du voll okay dann sehr schön so sind wir wieder halbwegs fit und es kann weitergehen da hätten wir was im Angebot aber schaut mal ne wie viel wir ja dann lassen wir das da äh wie viel wir hier an an Bandagen ne verbraucht ja die können auch übel sein mit ihren gebrannt marke ja ausgewichen jubi du ähm wie viel machst denn du schaden nicht die welt mein freund nicht die welt und wenn ich jetzt blute mhm und was ist mit gift Mist und da hinten du hier geht's ist nicht die es ist keine ideale teuer ist recht bedenkt ist wirklich keine ideale Gruppe hier eigentlich haben die ja einen hohen Ausweich wie er da war was gehe ich nach einem verrückten Grund raus ne ja ich weiß es ist ja wir haben keinen Schadensgeber wir haben nicht so richtig wir haben nicht so richtig einen Schadensgeber hier ach ich denke ich hab Präzision hier plus 10% Präzision bitte jetzt 8 reicht immer noch nicht reicht immer noch nicht reicht immer noch nicht ja du könntest Giftauch heilen aber ich will nicht so ähm so ähm ähm so du bist dann auch hinüber war dein letzter Schrei mein Freund und ja das ist doof warte jetzt mal was sind das hier eins zurück stärken finde ich doch das ist doch in Ordnung so du haust mal auf den hier ein betäuben könntest du ne mach mal trotzdem nochmal so und zeichne und schwäche ihn aha 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 ja von mir aus so dann erzwungener Schutz nö du probier mal ach ne du konntest ja heilen Entschuldigung hab ich vergessen du könntest teilen so dann haut rauf na wie oft du daneben haust ne das ist auch schon nicht mehr normal die slow death unforeseen unforgiven ja es sind keine Schadensgeber es sind wirklich unwahrhaftig keinerlei Schadensgeber hier so jetzt mal heilen kann man echt nicht sagen vor allen Dingen hm na gut man muss sagen die haben die Tollwut was macht denn die Tollwut nur mal service Interesse ah minus 10 Präzision ja aber plus wie oft willst du denn noch dran sein hallo konntest du obwohl ich hätte lieber ihn selbst machen sollen schau mal hin bloß auch kritisch hier sind die hier sind die so dann hier und zack zack weiter geht's wir haben genug also nicht ja wir müssen hier rein nicht verzagen ha 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 wir wollen wenigstens ja die Frage hoffentlich decken wir hier auf damit wir wissen ob wir hier rauf müssen oder nicht was haben wir denn hier eine Tollwut ein Schloss ist dran das ist peinlich in Ordnung oh äh oh ah ja was hauen wir denn raus ich hab um ehrlich zu sein nix zum raushauen was schon doof ist ja das wissen wir noch nicht ob dann noch wir brauchen wahrscheinlicherweise noch schaufeln hm 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 die Bandage weg zu hauen wäre ja absolute nonsens also so ne das ist die einzige Chance die hier ja eigentlich immer machbar gewesen die Viecher hier ähm das hier war's ne ja ja reicht nicht ja das ist zack da haben wir noch einen aber unser Fark hier der ist so gut wie hinüber wahrscheinlich blutet er jetzt oder? ne da sind sie eigentlich ganz gut joo ne dann hau auf zu ja ja das ist natürlich Mist ne Fark hier ist natürlich mit ah Mist jetzt wissen wir nicht ob da oben noch ein Raumkampf ist okay bewege ich nicht rauf du mehr über das 안 macht denn machen wir hier die wurzeln aus also waren wir klar waren sess okay hoffentlich kommt noch irgend so ein Kampf dazwischen normalerweise ging es sogar halbwegs wenn Farke nicht kurz vorm durchdrehen wäre hab ich nicht gesehen das haben wir glaube ich weg schade so könntest du noch mal du magst nicht mehr das ist noch mal das ist noch mal richtig das wird jetzt die üble Soder schlechthin so als erstes als zweites nee so da kommen wir schon dran und damit was gewichen aha nee interessiert nicht ich hab schon gedacht juhu aber kannst vergessen so einmal Tugend nein oh ist ja klar Tugend gibt's bei uns nicht Tugend ist was für Weiche 4 6 wartet da mach ich noch wartet mal Giftau lassen wir jetzt 5 und 4 sind 9 reicht wahrscheinlich nicht ne nee 11 ja draus so das war dein letzter ja komm mach dir nicht ins Hemd das ist das ist jetzt auch egal mein Freund so dann die zwei sind dahin dann könnte ich entweder oder wir machen wieder das hier und dazu das hier und dich rock ich mal nach hinten hier gebe ich mal nicht schlecht nicht schlecht vor Angst ne wahrscheinlich wahrscheinlich vor Angst wollen wir ein bisschen Licht Licht wieder geben ist vielleicht auch nicht so schlecht ein bisschen Licht so wir hauen drauf genau so das war's ne mit dir sehr schön so dann ja gifteres blöd ne dann heilen wir lieber ist in Ordnung mein Freund genau hauen so das ist auch dein letztes Mal dann Achtung zack und ja jetzt ist es mir eigentlich nicht so so sehr wichtig aber wäre schön gewesen es wäre schön gewesen viel zu wenig Schaden machen du viel zu wenig viel viel zu wenig schauen ach jetzt machst du jetzt machst du einfach Zeugs ohne mich zu fragen danke sechs kritisch das ist auch nicht schlecht ne sechs kritisch juhu so was sollen wir aufheben höchstens für einen Baumstumpf hier braucht man mal eine Schaufel oder bin mir gar nicht so sicher ne vielleicht einfach nur ist alles irgendwie blöd vielleicht hat er Glück vielleicht hat er Glück so was machst du vier bis siebzehn ne mach mal gezeichnet wie sieht's eigentlich hier mit Gift seid ihr alle nicht so begeistert vom Gift mhm was machst du ja aber ausweichen nö so schleim ihr könnt ja wieder euch 5000 mal teilen ne und das Ding hier einfach in die Länge ziehen unnötigerweise unnötigerweise sag ich nur ja ich bin hier um dein Kopfgeld einzufordern vielleicht haben wir Glück ähm ähm zio zio chinesa ne schlimy schlimy boy und schlimy mit einem crit k ha 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 Achso, der kann ja jetzt noch diese Zio-Kinese noch machen. Ah, tatsächlich hat es geschafft. Schade. Das wollte ich natürlich nicht. Ruh! So, was hast du jetzt zu bieten? Wir dürfen aber nicht zu lange hierbleiben, ansonsten kommen noch mehr. Oh, wieder ein Kritischer. Wahnsinn, der ist ja Kritischer, die wir raushauen. Oh, der war gut. Auch mal hier von unserer Seite ein Critical. Nett. Nett. Der war gut. Ähm, ja. Und? Was kümmert mich dieses Mods? Ja, komm, mach mal. Nee, mach mal. Nee, mach mal so. Ähm, ja, das ist ein bisschen blöd, aber. Zur Zeit sieht es irgendwie ungünstig aus hier. So, jetzt müssen wir aber wirklich langsam mal... Könntet ihr mal dran sein, ihr beiden da vorne? Vielleicht der Turning Point. Nee? Hm. Okay, dann doch eine Schärfe. War das irgendwie bei... War das irgendwie bei was anderem? Die Schärfe. Aha, der letzte Raumkampf. Bin mal gespannt, ob wir den schaffen. Wie konnte es nur dazu kommen? Wie? 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 Ah, schade. So, dann will ich trotz... Alledem mal. Mhm. Ja, und dann... Eigentlich... Eigentlich... Warte, halt, wir machen noch Licht. Und dann eigentlich. Super. Ach, da hätte man das Weibwasser gebraucht übrigens. Ja. Ist klar, aber die sind natürlich doof. Die sind natürlich mehr als... Das geht schon gut los. Mehr als doof. Aber schon mal gut, dass die bluten. Dann blutig weit. Aha. Du kennst echt die Schwachstelle? Halt dich noch für ein Gerücht. Können die vielleicht auch? Ja, Gifthäure ist ein bisschen schlecht. Probieren's trotzdem. Okay. Wofür geht denn da weg? Dreiermaßen. Das reicht nicht. Gezeichnet. Dann gehen wahrscheinlich jetzt noch zwei... ...ähm, in den... ...in den Stressmodus. So. Ähm. Wartet mal, was ist das jetzt hier? Du bist... Du hast vier. Also du bist eigentlich schon... ...hinüber. Dann probier doch mal nach hinten. Gott. Hm. Wie sieht's denn bei dir? Das ist jetzt nicht so gut. Wie viel machst du schon? Fünf bis zehn. Und hier? Acht bis 15. Dann so. Das war nett. Das war ein bisschen schön, ne? Das war mal ein bisschen schön, muss ich sagen. Ja, wir bräuchten... Normalerweise ist es schön, wenn mir jemand dabei hat, der das... ...entzeichnet, ne? Ich glaub, dieser... ...diese Arbalesco, oder wie das? So. Na, das war nicht gut. Das gebe ich zu. Das gebe ich wirklich zu. Na, jetzt dürfen die noch mal... ...heute markieren. Was markieren denn die eigentlich? So richtig? Zieh die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich. Das ist schon in Ordnung, dass die das machen. Aber ich könnte natürlich auch den... Ah, bluten lassen. Könnte ich. Aber... ...sieß ja. Warte mal, wir lassen aber trotzdem mal den vor sich hin bluten. Dann können wir uns wieder auf den hier konzentrieren. Schleim hier. Okay. Ist das in Ordnung? Also in Ordnung ist es nicht, aber... ...habe ich jetzt momentan nix. Was machst denn du? Das ist ein Käse. Du sollst... ...du sollst eigentlich einfach... ...oah, acht. Dann hätte ich doch weiter hier machen sollen. Der war nicht schlecht. Gegen Gift habe ich momentan wirklich... ...nix zu bieten. Aha. 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 Langsam wäre es nett, wenn die... ...das zeitliche Segen würden. Ja, gegen Gift sofort. Kannst du es so nett sagen. Ja, wollte ich markieren. Okay. Jetzt müssen wir einfach noch das Ding hier wegmachen. Ach, immer noch. Da. Och, manchmal, ne? Manchmal. Manchmal, da könnte ich ein bisschen... ...monster's size has no intrinsic merit. Markier. So viel du willst. Jetzt bist du dran. Du bist jetzt sowas von dran. Schade. Watt. Genau. Genau. Achso. Ja, ne. Das... Ich glaub... Ne, ich geh da nicht dran. Ich geh da echt nicht dran. Nein. Auf keinen Fall. Ich weiß es nicht, was es ist. Vielleicht braucht es auch gar keinen... Aber ich glaub, das braucht Weiberser. So, und das... ...dürfen wir nicht vergessen, dann... ...ähm... ...dem... ...anderen Aquarian zu geben, ne? Oder der Antiquariatsfrau. Antiquarin. Antiquarin? Okay. Gut. Oh, ist doch... ...ist doch nicht so schlecht. So, wir haben jetzt alle auf 6. Das ist schon mal super. Schildmeid. Ja, toll, gut. Immerhin ausweichen. Ersetzt Waldabend. Obwohl, ich finde ausweichen gar nicht so schlecht. Unerschütterlich. Aha. Ersetzt Ruinenerforschung. Aber ich finde Tugend auch nicht so schlecht. Wenn die... ...den Stress... Aber der ist natürlich verzweifelt hier. Ciao, ciao. ... ...